Ich bin manchmal zum Kotzen, auch wenn ich nett erscheine. Dann sage ich Sachen, die ich genauso meine. Dann tue ich Dinge, die ich später bereue, die ich mir niemals mehr verzeihe. Aber meistens bin ich richtig ausgeglichen, überglücklich und charmant. Und dann hole ich aus der Truhe meine euren Mi-Schuhe und bewege mich sehr elegant. Und die Leute gehen vorbei und sie rufen so ein Mist. Schon wieder ein Idiot, der mit dem Kosmos im Einklang ist. La, 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 la. Ach, sie sind so neidisch, müssen sie so sein. Sie fahren tolle Autos und sie sind nicht allein. Ihr Neid macht mich traurig und aus Trauer wird Wut. Dann werde ich sehr böse und das tut wirklich gut. Aber meistens bin ich richtig ausgeglichen, überglücklich und charmant. Und dann hole ich aus der Truhe meine euren Mi-Schuhe und bewege mich sehr elegant. Und die Leute rufen, wir wissen, wer du bist. Du bist Fanny Van Dannen, der mit dem Kosmos im Einklang ist. La, 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 la. Ja, dann bin ich verwundert und sage nett Hallo. Dann bin ich überglücklich. Ja, meistens bin ich so. Ja, meistens bin ich richtig ausgeglichen, überglücklich und charmant. Und dann hole ich aus der Truhe meine euren Mi-Schuhe und bewege mich sehr elegant. Und die Leute gehen vorbei und sie rufen so ein Mist. Schon wieder ein Idiot, der mit dem Kosmos im Einklang... Ja, und dann so weiter.